Hallo und willkommen zurück zu Slime Ranger. Was ist mit dem? Okay, hier wollen wir wieder flüchten. Ähm, und bevor wir richtig mit Slime Ranger hier weitermachen, wollte ich nochmal davor sagen, ja, es ist scheiße passiert. Ihr seht es im Titel, ich habe Probleme und ich weiß nicht, ob ich weitermachen möchte. Es geht nämlich darum, ich habe ja eine Festplatte, wo ich Aufnahmen reinmache, also meistens halt die Let's Plays, weil die die meisten Speicher verbrauchen und dazu halt auch noch, ja, jetzt keinen großen Wert haben, in den PC zu bleiben. Deswegen packe ich hier extra eine SSD rein, genauso wie die Thumbnails. Und, ja, es ist jetzt was Blödes passiert. Ihr denkt euch schon, warum gestern kein Video kam? Ganz einfach. Ich wollte zwei vorproduzierte Far Cry 6 Videos hochladen. Ähm, und, ja, es ging nicht so gut. Also, ich konnte sie zwar, also ich konnte sie schon fast hochladen, wurde auch fast fertig geladen, doch leider ging dann einfach alles nicht mehr. Die SD, die SSD hat dann irgendwie komische Geräusche gemacht, die hat dann so Klackgeräusche gemacht. Und dann habe ich den Ordner geöffnet und es ging einfach alles nicht mehr. Das Ding war komplett am Arsch. Und, ja, ich dachte, okay, vielleicht war das jetzt einfach so ein Problem, was jetzt einfach so passiert ist. Vielleicht kommt das morgen dann nicht mehr so. Und habe ich es, äh, heute wieder gemacht. Und es ist wieder so passiert. PC gefreezed. Ich konnte, ich konnte, ich konnte nicht mal den Ordner richtig öffnen. Ja, und dann habe ich das nochmal alles optimiert. Ich konnte dann zwar einmal die SSD richtig öffnen, noch gucken, was da drin ist. Und, ich sehe da, alle anderen Dateien gehen, außer die Far Cry Datei. Okay, was soll ich jetzt machen? Ich könnte, ja, die SSD aufhören und vielleicht nochmal machen. Oder ich könnte an der Stelle weitermachen, wo ich hier bin. Ich kann auch dafür halt alles erklären, was ich da vorgemacht habe. Leider sind dann halt alle Cutscenes, alle Sachen, die da passiert sind, futsch. Und genau deswegen haben wir jetzt, wie gesagt, kaum Videos, weil ich diese scheiß technischen Probleme hatte. Jetzt ist eine 3TB-Festplatte komplett am Arsch. Und ein komplettes Projekt auch am Arsch. Also muss ich mir jetzt wirklich überlegen, was ich machen soll. Oder ich frage vielleicht einen Techniker, ob der mir das reparieren kann. Vielleicht kann er das reparieren. Vielleicht sind dann noch die Dateien alle da. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch alles am Arsch. Vielleicht kann man es nicht mehr retten. Also ich konnte es nicht mal, ich konnte nicht mal das Lauf weg, ähm, ja, scannen. Es ging nicht mal das scannen. Nicht mal das ging. Also ich weiß wirklich nicht, was da los ist. Und... Ah. Es ist zwar nur ein Projekt, aber dafür sind halt jetzt auch die anderen Eugen, die ich jetzt da gespeichert habe. Die zwar schon hochgeladen sind, aber die ich halt gerne gespeichert habe. Für... Press-Off. Und auch futsch. Und dazu noch, mein... Mein Games-Sünden-Video ist auch am Arsch. Weil da sind Teile aus dem Games-Sünden-Video mit dabei. Auch am Arsch. Das ist natürlich jetzt scheiße, weil ich habe die meiste Zeit jetzt beim Games-Sünden-Video gesessen und... Futsch, futsch, einfach futsch. Ich fasse es einfach nicht, wie so eine Scheiße passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, weil... Ja. Boah, hat's ja alles geklappt. Diese Klack-Geräusche haben mir schon Sorge gemacht. Während ich gespielt habe, vielleicht lag es nicht daran. Ich habe gespielt und währenddessen habe ich halt, wie gesagt, von der SSD die Videos hochgeladen auf YouTube. Vielleicht lag es daran, ich weiß es aber nicht. Ich bin jetzt nicht beim IT-Übels begabt. Ich kann nur vermuten. Aber ich habe glaube ich habe so eine... Ich kenne halt so eine IT-Firma. Da könnte ich ja mal nachfragen. Vielleicht helfen mir die auch hier. Auch wenn sie keine Privatpersonen helfen. Und dann nur kurze Firmen oder Einzelpersonen. Aber keine Privatpersonen. Trotzdem kann man ja mal nachfragen. Vor allem wenn man ja Kontakt hat. Dann passt das schon. Ja, also wie gesagt, schreibt da mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht irgendwelche Tipps da habt. Weil ich bin echt am grünen, wie ich das mache. Ich will natürlich jetzt auch nicht den ganzen Kanal hier auf Eis legen. Weil ich mag immer noch Let's Plays zu machen. Bisher nicht. Bisher nicht so, als wäre ich jetzt die ganze Zeit damit aufgewachsen. Aber es ist halt wirklich so schade, wenn so eine Scheiße passiert. Deswegen, wenn ihr mal so ein Ziel habt, ob ihr jetzt wirklich YouTube macht oder ob ihr generell irgendwie in der Videobranche arbeiten wollt. Dann geht erst sicher, ob eure Geräte, euer Setup, was weiß ich, alles klappt. Weil das ist wirklich die größte Gefahr, dass eure Geräte nicht mehr funktionieren. Oder dass während einer Aufnahme nichts mehr funktioniert. Hatte ich auch mal. Und genau sowas darf einfach nicht passieren. Deswegen brauche ich, deswegen muss ich da drüber halt mehr achten. Genauso wie davor immer testen. Bei der SSG. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt eine neue holen, weil die ist, glaube ich, schon am Arsch. Kann ich jetzt eigentlich den Schatzknacker... Ah, kann ich noch nicht. Ich werde jetzt den Schatzknacker nochmal holen. Wenn ich noch nicht genug gehe. Gut, aber was ist jetzt eigentlich das Ziel für euch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht jetzt. Da müssen wir nochmal gleich gucken. Ich habe jetzt auch auf die Schnelle dieses Video jetzt gemacht, weil ich einfach darüber reden wollte. Und über einen normalen Video, dass es jetzt nur drei Minuten ging, möchte ich das jetzt nicht reinpacken. Auch wenn ich weiß, dass es jetzt nicht viele sehen, weil bevor Slime Ranger steht. Ich werde trotzdem versuchen, mit dem Thumbnail das Klatsche zu stellen, wie das passiert ist. Vielleicht werde ich nochmal in einem separaten Video das erklären. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ja, ich werde versuchen eine Lösung zu finden. Wenn nicht, ja, werde ich versuchen entweder Pakhoi sechsmal komplett hochzuladen. Dann muss ich halt alles nochmal zweimal erklären. Oder ich erkläre, was in den zwei Folgen passiert ist. Okay, aber jetzt zurück zu Slime Ranger. So, wir haben jetzt gerade das Upgrade gemacht. Das Schatz-Klipsel-Upgrade. Und hier sind endlich meine Maschinen fertig, die wir in der letzten Folge gemacht haben. Und einmal haben wir Summbachs bekommen. Hexenbarbe. Bienenzeugs und Geometrie. Die Schokolade und Erdnussbutter der Natur. Und dann haben wir noch Uröl. Dieses Zeug ist prä-prä-preistorisch. Und jetzt können wir hier diese Kapsel zum Beispiel machen. Und was haben wir nachbekommen? Spiraldampf. Wenn du danach suchst, wirst du etwas Wundervolles finden. Ja, und dann noch Tiefensohle und selten Arme. Seltsamer Diamant. Nicht seltsamer Diamant. Das wäre komisch. Seid's der Erde meinigstig Zeug. Ein seltsamer Diamant. Höchst seltsam, aber noch höher gehandelt. Alles nice. Die brauchen wir, um zum Beispiel die Warp-Teleporter uns zu holen. Und dafür brauchen wir nur noch fünf Tiefensohle und noch einen Hexen-Warp. Wenn wir uns einen Teleporter bauen. Ich glaube, das ist sogar eine in... Also eins in zwei, kann man sozusagen. Stellt euch vor, ihr kauft was und das sind zwei Sachen in ein. So sagt man das. Gut, aber dann erstmal das Plot, was wir da für Brauchung holen. Weil dann würde ich eigentlich direkt einen Teleporter für die neue Welt bauen. Weil dann müssen wir nicht ständig irgendwie durch dieses Gebiet, durch dieses Gebiet. Und dann haben wir das direkt einfach. Also wir können einfach direkt an den Ort reinnehmen und dann passt das schon. Ich hoffe, ich brauche nicht irgendwie spezielle Teleporter, sondern es reicht einfach irgendeiner. Und es sind nur die Farben, die da eine Rolle spielen. Ich brauche einfach... Könnte man nicht versprechen. So. Ähm... Gut. Ja, dann... Warum Bienenhaus? Das weiß ich. Tiefensohle... Wo könnte man... Ich bin so... Ich baue einfach jetzt einfach... Wir werden alle... ...nochmal... ...dorthin. Und dann vielleicht droppen wir... ...wieder dasselbe Zeug. Hier war's. Genau. Eins. Zwei. Und... ...drei. Später, äh, später, wenn wir die... ...bessere Version davon haben... ...werde ich wahrscheinlich dann... ...die in den... ...jeweiligen Gebieten da rein machen. Aber dafür... ...will ich halt auch gerne die Teleporter haben. Doch dauert halt alles. Das ist halt ein ziemlicher Blind. Merke ich. Werde ich dann... ...wetter... ...offscreen... ...alles farmen. Aber jetzt... ...erst mal... ...könnt ihr euch das an... ...denken. Aber ich brauche jetzt noch ein bisschen... ...Pinker Blood. Ich hab... ...viel zu wenig Pinker Blood. Das merke ich. Ich brauche mehr Pinker Blood. Ups. Ja, Leute. Gib mal Pinker Blood. Pinker Blood. Gib mal Pinker Blood. Okay. Ähm, zwölf... ...müsste ich glaube, reichen. Für... ...des Dingens. Dann gehe ich auch gleich schlafen... ...und dann... ...dann gönnen wir uns das Zeug. Und reicht das? Ja. Ja. Okay. Ähm... ...ich geh einmal schlafen... ...und... ...wir werden gucken... ...ob wir... ...die jeweiligen... ...Saucen darf haben. Oh! Und haben auch direkt... ...den blauen Teleporter. Freut mich. Gut. ...dann bis gleich. Gut. Ähm... ...anmal gucken. Achso. Ich muss halt hier bei dem Machine gucken. Danke. Aber das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Aber ich glaube... ...ähm... ...tack. Sie droppen... ...das Zeug nicht. Warte mal. Das ist sehr stark. Ah, scheiße. Ich hoffe, bei den Kapseln... ...die wir... ...ja überall suchen können... ...haben wir das Zeug... ...muss halt bei den jeweiligen Gebieten... ...die hin tun. Sonst... ...geht das nicht. Aber wir haben zumindest... ...genug Hexenbarbe... ...brauchen wir nur noch... ...5 von den... ...ähm... ...Spiraldämpfen war es, glaube. Egal. Gucken wir jetzt erstmal. Ich... ...ähm... ...such mal eine Karte raus... ...wo man... ...alle... ...ja... ...Schatzkapsel empfindet. So, ähm... ...wo ist sie denn jetzt? Also hier ist, wie gesagt, eine Kapsel... ...irgendwo... ...ah, hier ist sie doch. Gut. Kapsel Nummer 1. Also die andere da... ...prögen zählt. Wir haben einen Schwammbusch... ...gefunden. Gut. Die nächste ist, glaube... ...dorthinten, wo wir den ersten... ...Gordos-Slime... ...bewohlt haben. Gut. Dann... ...ist gleich. Okay, ich gehe hier schon richtig. Aber... ...schne die Karte trotzdem irgendwie nicht. Ja, und dann geht's hier runter irgendwie noch? Nein, da hoch! Häh! Da hochkommen. Wir müssen erstmal die Energie aufladen. Okay, ich wusste noch nie, dass hier ein Gang ist. Loll! Seit wann ist denn hier ein Gang? Wie geht's denn hier rein? Okay. Hier geht's nirgendwo lang. Ah, neu! Das ist grad für mich auch... ...irgendwo neu. Weil hier war ich ja gar nicht... Okay, mein... ...wahr ich ziegelt. Wo ist denn jetzt die Kapsel? Hier war er angeblich ne Kapsel dann. Genau, genau hier. Wo die Kapsel ist. Aber... ...wahr ich hier unten rauskriegen. Gibt nicht mal, weil hier eine unsichtbare Wand ist, oder? Nee. Ach, hier unten, oder? Kann man hier lang, Alter? Ah, genau. Hier unten. Okay. Willkommen. Genau, das bräuchte Tiefenzohle. Lava-Staub. Eine Umfrage zum Status dieser Materials brachte das Ergebnis unentschieden. Cool. Ähm, ja. Jetzt brauche ich... ...noch... ...vier... ...ä, Quatsch. Noch drei von denen. Und wenn wir den Weg dort gehen... ...die Karte ist immer nur die Hälfte. Das finde ich auch geil. Und das ist eine Gebiet. Dann haben wir noch... ...eine Kapsel... ...zum anderen Gebiet. Wenn ich zum anderen Gebiet... ...leil. Was bist denn du da hinten? Hey. Geile Mucke. Ja, der genießt es sich hier. Ach, das ist hier. Ja. Loll. Aber auch keine Kapsel. Gerade. Nein, schienes Läng. Ja, ich muss nur noch hier rüber. Nicht verkacken. Ja, das wäre jetzt nicht schade. Da habe ich auch mal in einer Folge verkackt. Oh, warte mal, warte mal. Gehen wir doch hier in das Portal rein. Muss ja auch immer noch eine Kapsel sein. Genau. Bin so clever. Minzgrasflecken. Dann gleich hier drin sind halt noch zwei andere. Aber die können wir leider nicht öffnen. Und wenn wir hier lang gehen, ist da auch noch eine Kapsel, die wir öffnen können. Genau hier. So. Gehen wir dich bitte. Ah. Ah, gib mir was geiles. Tiefensohle, wie gesagt. Bisschen öhler. Ach, hallo. Hier ist nochmal so ein Gordeslein. Aber hier unten war die. Ein Violettas Leinlampe. Okay. Da haben wir gleich einen neben dem Gordeslein und noch eine bei dem Haar. Äh, ich bin mal in der Sackgasse. Geil. Wo so ein Tor ist. Da will ich nicht hin. Bin ich zu Tor. Versteht ihr? Nee, ähm, aber hier beim Haar ist noch ein. Aber hier oben. Ja. So, ich habe gar nicht mehr gezählt. Deswegen weiß es nicht mehr. Ein Schwammbaum. Denn hier, wo wir den Gordeslein gekillt haben. Noch eine Kapsel. Hier. Und da haben wir noch welche im Vordergrund. Also hier hinten. Da können wir auch gleich mal entgehen. Ähm, ich bin gleich dort. Ich bin alleine. hier ist ein tor ich glaube ich muss zuerst das tor öffnen haben wir leider ein problem es geht nicht mal weiter aber erst mal gehen wir nach hause und die sachen da rein es wird es nicht reichen schade aber man kann halt nicht viel machen gut dann bis gleich ich bin gerade durch meinen hühner freigegangen und da habe ich gesehen alle hühner sind weg wir sind die weggelaufen oder die wurden aufgefressen das könnte ich verstehen aber es fehlen wie gesagt nur noch drei tiefen sohlen denn wir könnten unseren ersten teleporter bauen ja leider nicht geschafft für diese folge naja aber blöd blödheit wir sehen uns bei den nächsten mal wieder ich hoffe ihr hat gefallen haut rein tschau tschau